Hey, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem vierten und letzten Teil der Rookie-Analyse bzw. den Draft-Grades vom letzten Jahr, in der wir nochmal draufgucken für jedes Team. Mit einem Jahr Abstand war der Draft gut, weil schlecht war er mittelmäßig, wie auch immer. Ich bewerte das wie bei den ersten drei Teilen mit Schulnoten, also 1 plus das Beste, was man erreichen kann und 6 das Schlechteste, aber eine 6 kam nicht vor und wird auch heute nicht vorkommen. Ich wurde in letzter Zeit häufiger mal, nicht jetzt extrem häufig, aber häufiger mal von Leuten gefragt, ey, kommt das und das Merchandise von immer wieder, kommt das und das wieder und ich glaube nicht, denn immer wenn ich was Neues bringe, dann sage ich euch ja an, ich möchte, dass es über eine bestimmte Zeit quasi einzigartig bleibt, damit ich weiß, wenn ich zum Beispiel das allererste Merchdesign, was ich hatte, wenn ich das irgendwo sehe, dann weiß ich, ey, der Typ ist schon so lange dabei und hat mich schon so lange unterstützt. Das ist einfach was Cooles, was ich, ich mag das generell, ich kenne das von anderen YouTube-Kanälen und generell mit Merchandise, mit Kleidung und ich feiere das Prinzip, deswegen vermutlich wird es ältere Sachen nicht nochmal genau 1 zu 1 so geben, eventuell ein bisschen abgewandelt. Viele Leute haben mir, oder mehrere Leute, nicht viele Leute, mehrere Leute haben mir geschrieben, dass das Ja oder Sein, das mit den hawaiianischen Blumen, dass sie das cool fanden, das alte Logo. Wie gesagt, möchte ich nicht nochmal bringen. Mehrere haben mir auch geschrieben, ey, wann kommt mal wieder was mit Fumble. Bumm, habe ich das natürlich kombiniert, das ist das eine Design, was es jetzt neu gibt im Shop, gleichzeitig auch mit einem Fumble-Schriftzug in folgenden Kombinationen zusammengestellt. Wir haben das Ganze einmal nur als großes Logo auf der Frontseite, hinten ist dann nichts in dem Beispiel. Dann haben wir das Ganze als kleines Logo vorne, als Emblem sozusagen, ist vielleicht ein bisschen stylischer, ein bisschen weniger in your face, würde ich sagen. Und dann haben wir das Ganze nochmal doppelseitig bedruckt, quasi vorne der Fumble-Schriftzug und hinten Fumble nochmal groß drauf. Also wer beidseitig was haben möchte, auch da, I gotcha. Zusätzlich dazu, weil es ja nicht immer nur Shirts sein müssen, gibt es diesmal einen Basecappen-Flexfit, dann dazu einen Beutel, wie man ihn heutzutage natürlich immer hat. Den hole ich mir vielleicht sogar selber, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich halt theoretisch einen habe, aber eventuell, der sieht ganz geil aus und für die ganz stilsicheren unter euch eine Umhängetasche sogar diesmal. Link dafür ist in der Beschreibung, der ganz oberste Linkshop.spreadshirt.de slash ngg-shop und wenn ich dran denke, ne, dann müsste jetzt, oh mein Gott, nachdenken, da glaube ich in der Ecke müsste eine Infokarte kommen. Ich hoffe, da kommt eine, wenn ja, könnt ihr da draufklicken, könnt euch direkt mal angucken, ob euch was gefällt im Shop. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, dann lasst mich gerne wissen. Und wenn ihr Feedback habt von wegen, ey, ich mag das Design nicht, weil, hm, oder ich mag das Design, kann mir leider nichts holen, schreibt mir das auch gerne, ist immer erwünscht. Ich weiß, ich habe damit jetzt schon wieder anderthalb Minuten oder so im Video verbracht, aber euren Content habt ihr trotzdem und es ist eine sehr gute Art, mich zu unterstützen und gleichzeitig im Gegensatz zu spenden, zum Beispiel noch was rauszukriegen dafür, für euch selber, also deswegen finde ich das eigentlich immer ganz cool. Wir fangen an mit den New Orleans Saints, die eine relativ überschaubare Rookie-Class hatten oder zumindest Draft-Class, sage ich mal. Die ersten beiden Selections kamen in der zweiten und dann in der vierten Runde. Dafür waren das beides aber auch ziemlich, ziemlich dicke Hits. Ich habe mir halt erst nur die Liste angeguckt der gedrafteten Spieler und in dem Moment schnalle ich dann immer nicht, in welcher Runde das ist oder ich denke überhaupt nicht drüber nach, sondern habe in dem Beispiel jetzt nur gedacht, okay, First-Round-Pick, Second-Round-Pick, mhm, 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 obwohl es eigentlich Second und Fourth war. Das heißt, der erste Pick von ihnen war Center Eric McCoy, hat direkt gespielt, alles gestartet, super wirklich solide gespielt für die zweite Runde, absoluten Stil kann man eigentlich schon sagen und dann in der vierten Runde Safety, Nickel, was auch immer, Defensive-Back, John Cigana Johnson. Von dem ja viele nicht begeistert waren, aber gesagt haben, oh, der könnte was werden in der NFL und der ist auch wirklich was geworden, hat absolut solide gespielt. Natürlich muss man auch immer beachten, dass er eine echt gute Defense um sich rum hat, aber alles, was er gemacht hat, war wirklich sehr, sehr, sehr mindestens stabil, teilweise schon echt richtig gut und das als erste beiden Selection zu haben, wäre alleine für die erste und zweite Runde schon stark. Wenn du das dann aber hast in der zweiten und vierten Runde, dann sind das beides wirklich kleinere Stils und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Leider die drei Picks dahinter, Safety, Soquan Hampton, verletzt, nicht wirklich gespielt, Alice Mack, auch verletzt, wenn ich mich nicht irre, das ist ein Tight End gewesen und dann Caden Ellis, Linebacker hat auch nicht funktioniert. Also das, nee, Moment, Mack wurde, glaube ich, gecuttet und Alice ist verletzt, so rum, einer von beiden auf jeden Fall. Nicht wirklich was gebracht, aber unterm Strich sind das halt auch 6- und 7-Runden-Picks. Da ist eigentlich die Norm, dass sie nicht wirklich funktionieren. Wenn man sich dann noch die Undrafted Free Agents anguckt, mit Shai Tuttle zum Beispiel, Defensive Tackle, der hat gut funktioniert, der hatte, glaube ich, sogar eine witzige Interception und dann dazu noch die Ante Harris, der einer der besseren Returner war direkt dieses Jahr und einer der besten Returner war dieses Jahr. Dann ist das eine grundsolide Draft Class, wenn man bedenkt, wie wenig Picks sie hatten und dass sie nicht ganz, ganz oben waren, die Picks. Ich gebe den Saints eine ganz stabile Eins. Okay, wir kommen zu den Falcons. Die haben vier Spiele, über die es sich zu reden lohnt, würde ich sagen. Das waren die ersten vier Selections, zwei davon in der ersten Runde, zwei davon in der vierten Runde. Das Problem mit der ersten Runde ist, dass sie zwei Offensive Linemen genommen haben. Einer davon sah ganz gut aus und das ist Chris Lindstrom, hat sich dann aber verletzt. Also da kann man noch nicht so viel zu sagen. Letztendlich sage ich nach einem Jahr jetzt aber nicht, oh, er hat sich verletzt, deswegen zähle ich das mal noch nicht, sondern das ist vielleicht eher ein Ticken negativ, was weiß ich. Und dann der andere Offensive Tackle hat die ganze Zeit spielen können, hat auch die ganze Zeit gespielt und war einfach nicht sonderlich gut. Das war Caleb McGarry. Wenn du die beiden wirklich betrachtest als First-Round-Picks, was sie sind, dann ist das Ganze schon wirklich ein bisschen kritisch. Wenn du bedenkst, dass du dann erst in der vierten Runde wieder Picks hast. Und die in der vierten Runde, das war einmal Candice Sheffield, das ist ein Cornerback. Der hat gefühlt nicht sonderlich gut gespielt, aber teilweise Splash-Plays gehabt. Und dann auf der anderen Seite hast du Edge-Rusher John Kaminski, der ziemlich genau das Gegenteil ist, muss ich sagen. Also er hat stabil gespielt, nach allem, was ich gesehen habe, nach allem, was ich gelesen habe, aber hat nicht wirklich jetzt die krassen Stats rausgepackt. Also er hat nicht 5, 6, 7 Sacks oder sowas. Der war einfach halt stabil. Hier, insgesamt reicht mir das nicht wirklich für eine gute Draft-Class. Ich glaube, es ist, dadurch, dass ich jetzt Chris Lindstrom noch nicht wirklich evaluieren kann, es ist eher eine unterdurchschnittliche Draft-Class. Ich habe Leute gesehen, die damit zufriedener sind, als ich es bin. Für mich ist es nur eine 3-. Oh, shit! Für alle, die letztens im Livestream dabei waren, ich habe ja gesagt, als ich Superchats dann gekriegt habe, deswegen stehe ich jetzt auch so komisch, dass ich mit den Superchats mir einen neuen Stuhl hole, oder mit einem Teil davon, der war teurer. Und hier ist er. Ich habe den nicht in Videos und so weiter, aber Stuhl. Danke. Tampa Bay Buccaneers mit. Da kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern. Einer der besten Draft-Classes dieses Jahr, oder letztes Jahr, was auch immer. Devin White auf 5. Linebacker so weit oben zu picken ist nicht wirklich traditionell, sage ich mal. Und deswegen ist es schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man da eigentlich niemanden sieht, der sagt, oh, seht ihr, ich habe es euch ja gesagt. Linebacker so hoch ist Quatsch. Der hat wirklich extrem gut gespielt und hat es im Nachhinein jetzt gerechtfertigt, dass er so weit oben gepickt wurde. Ich glaube, wenn er zu den Steelers gegangen wäre und genau die gleiche Saison gehabt hätte, die er bei den Buccaneers hatte, hätte er noch mehr Hype gekriegt, als Devin Bush hatte. Also ist vielleicht immer ein bisschen teamabhängig. Dahinter Sean Murphy Bunting. Wisst ihr, dass ich ein Fan von bin, dass ich denke, dass er sehr gut gespielt hat. Jamal Dean, dahinter der nächste Pick bei des Cornerbacks. Auch der war stabil. Ein bisschen mehr On und Off, würde ich sagen. Also da muss noch mehr Konstanz rein. Dann Mike Edwards als Safety. Weiß ich nicht, bin ich noch nicht so ganz warm geworden mit. Aber Safety ist auch echt keine einfache Position, um vom College reinzukommen, direkt zu dominieren. Und er hat Versprechungen gezeigt. Anthony Nelson dahinter. Hat mal mehr, mal weniger gespielt. Aber als Rotational Piece ist er auf jeden Fall gut drin. Defensive End, wie gesagt, für eine vierte Runde kann man definitiv mal machen. Und dahinter Matt Gay in der fünften Runde. Buccaneers haben sich gedacht, ah, nach Aguayo. Wir draften trotzdem nochmal Kicker. Und diesmal hat es auch wirklich geklappt. Also der wird auf die nächsten Jahre, glaube ich, ein echt stabiler Kicker sein. Genau das, was man gebraucht hat bei den Tampa Bay Buccaneers. Also die sind definitiv, gerade mit der Draft Class, nochmal eins von diesen jungen, aufstrebenden Teams geworden. Und ich glaube, das kann wirklich was werden in den nächsten Jahren. Die Draft Class auf jeden Fall wirklich richtig stark. Gibt wenige, die ich besser eingeschätzt hätte. Deswegen kriegen sie von mir eine Eins. Okay, wir kommen zu den Panthers. Und hier habe ich mich echt schwer getan mit der Evaluation, mit der Auswertung der Draft Class, mit der Analyse, was ja das ganze Video ist. Bei manchen Teams gucke ich drauf, sage, ah, das ist gut, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, zwei plus, bla bla bla. Bei den Panthers habe ich so lange hin und her überlegt. Fangen wir mal von oben an. Brian Burns, bin ich vermutlich ein bisschen parteiisch. Er hat das, was er gut kann, gut gemacht. Das ist Pass Rush und Edge gegen den Lauf. Wenn es jetzt um die Inside Run Defense ging, äh, schwer. Edge, wo ich gerade gesagt habe, hat er gut gemacht. In manchen Situationen auch ein bisschen die Augen im Backfield verloren. So, das ist zu erwarten von Rookies. Und wie gesagt, dafür, dass er ein Edge Rusher ist, dass das als Pass Rusher seine Spezialität ist, war okay, war jetzt nicht extrem gut. Für meinen Geschmack auch zu wenig gespielt. Aber das ist vermutlich, weil die Panthers sich denken, oh, er ist zu leicht gegen den Lauf, wird er komplett überrannt. Was auch hin und wieder der Fall sein kann, von einer guten Allline zumindest. Äh, ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass die Panthers zurückgehen zu was eher 4-3-typischen, weil ich denke, dass es eher sein System ist. Aber, ähm, ja, wird sich zeigen. Ich denke, er wird ein bisschen mehr Masse sammeln die nächsten Jahre und wird vermutlich in Richtung 3-Down-Defensive-End gehen. Eventuell ein bisschen Explosivität und Lean-Faglieren im Pass Rush. Aber mal gucken, vielleicht ist das ein Kompromiss, den man eingehen muss, damit er mehr Feldzeit kriegt. Dahinter Tackle Greg Little. Nicht funktioniert, wie die Panthers sich das vorgestellt haben. Auch da ist natürlich die Lernkurve bei vielen Leuten unterschiedlich und bei Tackle relativ steil. Ähm, also mal gucken, wie das wird. Äh, Will Greer, dritte Runde. Ihr wisst vielleicht, falls ihr damals schon auf dem Kanal wart, äh, dass ich ein ziemlicher Fan von ihm war im Draft-Prozess. Und leider muss ich sagen, nach den zwei Spielen, die ich gesehen habe und nach der Preseason, weiß ich nicht so, ob ich mich da vielleicht verschätzt habe. Äh, ich hoffe, er kriegt noch ein bisschen mehr die Chance irgendwann. Aber das, was man bisher gesehen hat, ist echt nicht allzu erfolgsversprechend. Vielleicht im neuen System jetzt, wer weiß. Christian Miller hat nicht wirklich gespielt. Wenn er gespielt hat, war er nicht wirklich da. Ähm, dahinter Jordan Scarlett. Auch eigentlich hauptsächlich Special-Teams-Running-Back. Dahinter wiederum Runde 6. Dennis Daly, Offensive Tackle, musste spielen. Mehr wegen Verletzungen als wegen irgendwas anderem. War im Run ganz gut. Im Pass hat er Probleme gehabt. Wir wissen, dass die Pass-Defense generell, äh, die Pass-Defense, würde ich sagen, äh, die Pass-Protection generell nicht gut war bei den Panthers letztes Jahr. Aber insgesamt viele, so, äh, Prospects gehabt, ne? Der Beste ist schon deutlich Brian Burns, wo am meisten Potenzial noch da ist. Ich würde Greg Little, wie gesagt, definitiv noch nicht abschreiben. Aber ansonsten ist da viel so, äh, äh, äh. Insgesamt reicht es wieder nicht für mehr als eine 3- bei mir. Eine Sache noch, bevor wir zur NFC North kommen, ähm, wenn ihr neu hier seid, dann vergesst nicht zu abonnieren. Ich versuche bis Ende des Jahres auf 20.000 Abonnenten zu kommen. Es sieht sehr, sehr kritisch aus, aber vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, wie gesagt, wenn ihr neu hier seid. Okay, wir kommen zu den Green Bay Packers. Ähm, da muss man auch mal vorsichtig sein, was man sagt, weil sonst die ganzen, obwohl, ich wollte gerade sagen, weil sonst die ganzen Fans kommen und sagen, äh, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, sind Packers-Fans vermutlich noch welche von den Vernünftigeren, zumindest die meisten. Da gibt es andere, ähm, ein bisschen merkwürdigere Fanbases, die einen sehr, sehr subjektiven Blick haben, habe ich das Gefühl, kollektiv. Bei den Packers haben wir, ich sag mal, wir gucken uns mal nur die ersten 3 Picks an. Dahinter ist dann Jay Sternberger, bin ich noch nicht fertig, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Kingsley Kiki, ähm, sah besser aus, als ich gedacht habe, aber schlechter als Packers-Fans vermutlich gehofft haben. Fear of Rotation gespielt, Dexter Williams war nicht wirklich drin. Runde 7, Ty Summers hat vermutlich Versprechungen, aber weiß ich nicht, ob da vielleicht jetzt im Draft noch jemand dazukommt, mein Mock-Draft zum Beispiel hat den Linebacker gegeben, ich glaube mehrfach, also da muss man noch ein bisschen drauf achten. Die ersten 3 Picks, 2x Runde 1, 3x Runde 2, sind natürlich sehr hohe Picks gewesen, gerade der erste mit 12 overall, also 12, ist der höchste, den Packers seit gefühlt in 1000 Jahren hatten im Draft. Ähm, Gehen wir mal erstmal auf die anderen beiden, Daniel Savage auf 21, als der, glaube ich, höchste Defensive Back, wenn ich gerade nicht wen vergesse, ist auch egal, auf jeden Fall einer der höchsten, hat sehr gut funktioniert. Muss auch aufpassen, dass er nicht, sich zu sehr auf seine Instinkte verlässt, ähm, der hat ein bisschen das Problem, was ich seit Jahren immer so sage, bei, äh, Jared Davis, beim Middle-Linebacker von den Lions, der auch ein First-Round-Pick war, ich glaube sogar auch 21 overall, vielleicht 20, ich bin mir gerade nicht sicher, dass er teilweise zu schnell ist, um das Tackle zu machen. Die sind beide teilweise im richtigen Spot und schießen dann einfach an dem, den sie tacklen wollen, vorbei oder springen an den, haben die Arme dran, aber zu viel Geschwindigkeit und reißen sich quasi selber wieder ab. Das ist häufig passiert mit Daniel Savage und das ist logisch bei so einem Jungen Safety. Der wird lernen mit der Zeit, der wird da definitiv noch besser sein und wenn er dann weiß, wenn er besser einzuschätzen weiß, wie er seine Geschwindigkeit einsetzen kann, und der hat enorme Geschwindigkeit, dann wird es noch mal deutlich besser sein. Also der wird die nächsten Jahre auf jeden Fall ein Top-Safety werden, glaube ich. Jenkins in der zweiten Runde, Offensive Guard, waren manche Mock-Drafts in der ersten Runde, vielleicht im Draft sozusagen ein kleiner Stil, dass sie den in der zweiten noch gekriegt haben, hat 16 Spiele gespielt, 14 Mal gestartet und sah wirklich richtig gut aus. Auch wieder gegen den Lauf, besser als gegen den Pass, hat aber trotzdem keinen einzigen Sack abgegeben, was immer für einen Guard noch mal nicht so krass wäre, wie für einen Tackle zum Beispiel, aber trotzdem wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also die beiden Picks, erste Sahne. Jetzt das große Problem an der Draft-Class, das ist 12, Rashawn Gary. Der hat immer wieder als Rotational Piece gespielt, ist klar, weil du die beiden Smiths hergeholt hast in der Free Agency, Darius und Preston, die mehr oder weniger genau seine Position sind, aber wenn du als First-Round-Pick, als zwölfter Pick im Draft, nur ich glaube 16 Quarterback Hurries oder sowas, oder Pressures, in einer Saison hast, das ist zu wenig als Stat. Generell, selbst wenn du nur Rotational Player bist, wenn du in jedem Spiel reinkommst und als Air Trusher bist du als Rotational Player auch immer mal häufiger drin, als Rotational oder als ein Rotational Cornerback oder sowas, das ist zu wenig. Ja, kommen jetzt die Leute und sagen, aber so war das geplant, der ist jetzt, ich glaube einfach nicht, dass die Packers keine anderen Baustellen hatten zu der Zeit, wisst ihr, ich kann mir vorstellen, das ist wieder ein bisschen, jetzt rum spekuliere und so, dass sie darauf gehofft haben, dass David Bush bis zu ihnen fällt und dann ein bisschen kaputt waren, als die Steelers hochgetradet sind und einfach nicht eine Panikreaktion, aber dann nicht wirklich genau wussten, was sie machen wollen an der Position. Ich habe einfach das Gefühl, dass es sinnvoller gewesen wäre, eine andere Position zu nehmen, statt jemanden zu holen auf einer Position, den du erstens noch entwickeln musst, der zweitens nicht die Startzeit kriegt, weil du gerade in der Free Agency vorher zwei hochbezahlte Leute geholt hast. Deswegen ist es jetzt ein bisschen Kritik an Rishan Gary, ein bisschen Kritik am Packers Pick. Die anderen beiden Picks dahinter sind halt sehr, sehr, sehr stark, aber ich habe denen wirklich einen relativ dicken Knock dafür gegeben, dass Rishan Gary nicht so war, wie ein First-Round-Pick sein sollte, meiner Meinung nach. Deswegen nur eine 2+, für die Packers. Alright, jetzt ein bisschen das Gegenstück. Wir haben die Vikings. Meiner Meinung nach haben die Vikings einen kompletteren Roster auch letztes Jahr in der Offseason schon gehabt, als die Packers. Deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen anders betrachten. Wir haben den ersten Pick, das ist Gary Bradbury, Center, First-Round-Pick, der quasi wie geschaffen ist für dieses Zone-Run-Scheme der Vikings. Wisst ihr, sehr viel horizontal, sehr viel Bewegung. Pullen der Center generell ist gar nicht so häufig sehr, sehr, sehr athletisch, aber ein bisschen inkonstant. Also wenn er sich im zweiten Jahr noch mehr seiner Top-Form als Basis quasi annähert, was ich mir vorstellen kann, was bei Cent dann häufiger mal passiert, dann ist das ein sehr, 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 sehr guter Pick. Quasi perfekt für das System, perfekt für den Need. Quasi das, was du willst als Mid-First-Round-Pick. Das ist genau das, was du haben willst. Run, besser, Pass, bisschen Probleme gehabt. Wie gesagt, zu inkonstant, aber ansonsten ein sehr starker Pick. Dahinter geht es dann weiter mit Earth Smith Jr., der in der zweiten Runde als Titan vom Board ging. Ich glaube, als dritter Titan insgesamt nach den beiden Iowa Boys, der eine stabile Sache gemacht hat, wenn er dann reinkam, der halt auch nicht als Starter geplant war. Logischerweise, ich habe es gesagt, die Vikings haben einen sehr, sehr kompletten Roster. In der zweiten Runde dann auch wirklich einen fähigen Starter zu finden. Für einen Roster, der sowieso schon so viele extrem gute Starter hat, ist sehr schwer. Ja, dahinter Alexander Madison als Komplementary Running Back. Ich weiß nicht genau, das ist ein bisschen mein Knock für die Vikings-Class oder für den Pick, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, ob ich in der dritten Runde schon einverstanden bin damit, einen zweiten Running Back für deinen Tandem zu draften, wenn dein erster Running Back eigentlich stabil genug ist, um mehr Carries zu kriegen. Das ist aber vermutlich eher eine Geschmackssache. Drew Samia dahinter konnte nicht wirklich viel machen. Schade, ich habe auch, Offensive Guard, ich soll immer die Position dazu sagen, ich habe auch da das Gefühl, dass er sich zum nächsten Jahr nochmal deutlich verbessern wird. Ansonsten, dahinter sehr, sehr viele Picks, wo man auch wieder so sagen kann, ähnlich wie bei den Panthers von, die sind halt da. Was okay ist für die mittleren und späteren Runden im Draft. Ich weiß, wenn wir jetzt in ein paar, ich glaube in zwei Monaten den Draft haben, viele von uns werden denken, boah, sieben Picks, mindestens sechs davon können Starter sein und werden richtige Stars und so. Ein, zwei Leute sind Starter, vielleicht einer davon wird ein Star, vielleicht werden null davon ein Star, so ist es meistens realistischer. In der siebten Runde B.C. Johnson noch zu kriegen, war ein Stil, der über dem früheren First-Rounder Laquan Treadwell dann letztendlich der Third-String-Running-Back geworden ist, äh, Running-Back, Dankeschön, Wide-Receiver geworden ist, also der dritte Wide-Receiver im Team. Das ist definitiv ein Stil. Insgesamt eine gute Class, keine extrem gute, aber schon wirklich eine gute, kriegen von mir eine zwei. Okay, nächste Draft-Class und das sind die Bears. Die haben relativ wenig Picks, keine wirklich hohen, deswegen ist es verhältnismäßig einfach, sich anzugucken, sage ich mal. Dritte Runde David Montgomery, Running-Back, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Dahinter war es dann halt leider tot. Vierte Runde Riley, Ridley, habe ich mich noch geärgert, weil ich dachte, ah, das ist ein guter Pick, der wird ein richtig guter Wide-Receiver, hat gestruggelt, hat wirklich sehr, sehr, sehr gestruggelt. Und kurz dahinter sind Hunter Renfro und Darius Slayton gegangen, zum Beispiel, die beide eine deutlich bessere Rookie-Saison, hatten eine deutlich bessere. Dahinter Duke Shelley, cornerback Rotation gespielt, auch nicht wirklich rangekommen. Logisch, die Secondary steht schon wirklich. Dahinter ein Running-Back noch, ein Corner-Back noch, die beide nichts gemacht haben. Ich glaube, die sind beide nicht mal mehr im Team. Und letztendlich hast du noch einen Free Agent geholt, einen Tight End, Jasper Hostet, aber auch der mehr so als dritter, vierter Tight End ab und zu mal reingeworfen. Da war nicht wirklich viel los. Also der Einzige, der wirklich die Draft-Klasse noch retten könnte, wäre David Montgomery. Und der hat besser gespielt, als vermutlich viele Leute bedenken. Ich denke, er sollte Running-Back Nummer 1 sein bei denen. Ich denke, er wird nächstes Jahr Running-Back Nummer 1 sein bei denen. Und der Grund, aus dem er jetzt nicht wirklich in Rookie-of-the-Year-Konversation war oder sowas, war, dass die Line wirklich ziemlich eingeknickt ist dieses Jahr bei den Bears, gerade Pass Protection. Noch dazu hatten die meisten Teams halt nicht wirklich Angst, logischerweise, vor Mitch Strabisky. So, davor, uh, der wird uns jetzt zerschreddern mit seinem Passing-Game und so, uh, so, wer hat davor Angst. Deswegen wird da die Box eher mal einen Ticken voller gemacht. Insgesamt trotzdem, selbst wenn man beachtet, dass sie kein First, kein Second-Round-Pick hatten, eine ziemlich schwache Draft-Class für mich, eine der schwächsten. Ich gebe denen, weil du wirklich nur einen vielversprechenden, auch nicht wirklich einen absoluten Star, sondern einen vielversprechenden Running-Back rausgekriegt hast und einen White-Receiver, der, ich denke, nächstes Jahr noch einen Schritt macht, aber wirklich viel Anlass gegeben dafür hat er auch nicht. Für mich ist es nur eine viel Minus. So, letztes Team, die Lions, logischerweise das Team, von dem ich am meisten Ahnung habe, weil ich Lions-Fan bin, wir gehen mal von hinten nach vorne, Free-Agent David Blau, ich weiß nicht genau, ob ich dem dazu zähle oder nicht, ich habe ihn jetzt einfach dazu gezählt. Ding ist, er hat halt nicht bei den Lions angefangen, sondern war bei den Browns zuerst. Dadurch, dass Stafford sich verletzt hat und dadurch, dass Kollege dahinter sich dann verletzt hat, habe den Namen gerade vergessen, musste David Blau halt schon spielen und er sah nicht wirklich gut aus, muss ich ehrlich sagen, allerdings sind die Lions auch kein extrem gutes Team. Er hat starke White-Receiver gehabt, auch wenn es dann zum Schluss gefühlt nur noch Kenny Golladay war, aber ansonsten ist da nicht mehr wirklich viel los gewesen. Es ist schon stark, dass man mit David Blau und einem nicht so guten Team mithalten kann, zum Beispiel Woche 17 mit den Packers, aber für einen undrafted Free-Agent-Rookie, sage ich mal, hat er seinen Job gut gemacht, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, unglaublicher Stil und blablabla, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich zufrieden wäre damit, ihn als Backup zu haben in einem Team, deswegen, Isaac Norder hat nicht wirklich was gemacht, ist ein Tight End gewesen, siebte Runde, sechste Runde, nee, siebte Runde, Entschuldigung, PJ Johnson, nichts gemacht, Travis Fulgen, nichts gemacht, Ty Johnson, sechste Runde, für den ich wirklich ein bisschen Hoffnung hatte, er hat ab und zu was gerissen, aber nur so, dass man mit viel Fantasie sagen kann, uh, vielleicht ist er nächstes Jahr besser und mehr nicht wirklich. Jetzt der Pick, über den ich mich so gefreut habe beim Draft, fünfte Runde, Armani O'Rourie, war vorher ein sehr großer Fan von ihm und er hat zum Ende der Saison hin, als schon quasi man wusste, okay, das wird nichts mehr, jetzt können wir ihm ein bisschen Zeit geben, wenn er jetzt Fehler macht, ist es nicht mehr so schlimm, hat er gespielt, zwei unglaublich athletische Interceptions gehabt, unter anderem Aaron Rodgers Intercepted, haha, hat mir wirklich gut gefallen, er hat natürlich seine Fehler gemacht, das ist ärgerlich, aber erste Saison, Cornerback, fünfte Runde, kann man mit rechnen, ich denke, er hat definitiv das Potenzial, Starter zu sein, aber wird sehr, sehr schwer, gerade falls jetzt noch ein Cornerback kommen sollte im Draft und Darius Slay bleibt. Vorher Austin Bryant, ganz lange verletzt gewesen, als er dann spielen konnte, auch nicht wirklich was gezeigt, also eher eine Enttäuschung, davor Will Harris, Safety, dadurch, dass Conrad Diggs getradet wurde, hat er mehr machen müssen, ähnlich wie ich vorhin über John Cigana Johnson geredet habe und über Denal Savage, teilweise ein bisschen zu instinktiv und dazu hat er noch mehr Fehler gemacht, als die beiden und weniger Splash Plays gehabt, also der ist noch einen Ticken weiter hinten in seiner Entwicklung, würde ich sagen, Jelani Tawai in der zweiten Runde, vermutlich der beste Pick, ist ein Linebacker, muss man ehrlich sein, hat einen stabilen Job gemacht, ist vielleicht einen Ticken zu unathletisch für die heutige NFL, aber er ist groß, er ist stark, das ist das, was die Lines wollen von Linebackern und jetzt erste Runde natürlich, achter Overall Pick, T.J. Hawkinson und hier ist jetzt das Problem, ansonsten würde ich sagen, ist ein akzeptable Draft Class, ist vielleicht eine 3-, was auch immer. Jetzt kommen wir zu T.J. Hawkinson, in seinem ersten Spiel Tight End First Game oder Tight End Rookie First Game Receiving Record gebrochen, 131 Yards und danach die ganze Saison in seinen restlichen 11 Spielen, glaube ich, nicht mal mehr doppelt so viele Yards gekriegt, das heißt insgesamt hat er danach noch 230 gehabt oder sowas. Ich gebe die Schuld nicht hundertprozentig ihm, beziehungsweise er hat sich dann halt auch verletzt, konnte nicht mehr so viel spielen zum Ende der Saison, beziehungsweise konnte gar nicht mehr spielen zum Ende der Saison. Natürlich hatte er nicht die perfekte Saison, im Blocking sah er gut aus, im Receiving Game war er teilweise offen, wurde nicht angeworfen und so weiter, aber natürlich hat er auch seine Probleme gehabt, also es ist jetzt nicht der perfekte Rookie Tight End gewesen, was wirklich, wirklich schwer ist. Als Rookie Tight End direkt abzureißen ist mies schwer, habe ich glaube ich auch schon gesagt bei den Broncos zu Noah Fant, dass es eigentlich keiner erwartet, dass man in der ersten Saison direkt richtig liefert. Mein größeres Problem mit dem Pick ist, die Tight Ends, sowohl er als auch Jesse James, also ein hoher oder hochbezahlter Free Agent, als auch ein extrem hochgedrafteter Rookie, wurden kaum eingesetzt nach dem ersten Spiel und das ist ein Fehler vom Lions Playcalling, Gameplanning, was auch immer, denn wenn du deine Tight Ends nicht viel einsetzen willst, dann ist das natürlich legitim, kann man machen, aber dann draftet man bitte auch nicht auf achten Tight End, denn wenn du den draftest, dann setz ihn bitte auch mehr ein. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er sich einfach sehr entwickelt, jetzt zum nächsten Jahr, dass der Gameplan mit ihm wächst, dass quasi sie im Training sehen, oh er kann mehr, er wird mehr kriegen, aber das ist alles Prognose und kann letztendlich nicht in die Note reinzählen, deswegen gebe ich den Lions auch nur eine 4. Yo, yo, damit sind wir durch mit den Rookie Rankings, ich bin jedes Team durchgegangen, ihr könnt mir gerne Feedback geben zu den 8 Teams von heute, falls ihr Fan davon seid oder einfach nur so, falls ihr eine Meinung habt, schreibt es mir in die Kommentare, denkt dran euch das Merch anzugucken, erster Link in der Beschreibung und vielleicht nochmal eine Infokarte, wenn ich dran gedacht habe, aber dass ich an die hier denke, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, die vorhin, vielleicht, die hier, sehr unwahrscheinlich, wenn doch, dann klickt drauf, um mich zu belohnen, dass ich dran gedacht habe, ab jetzt wird es wieder die Top Prospects im Draft geben, das heißt, meine Top von mir aus 6 Thailands, meine Top 8 Cornerbacks und so weiter, das werden jetzt, die werden in nächster Zeit anlaufen, also wenn ihr eine Wunschposition habt, dann schreibt die jetzt in die Kommentare, ich nehme an, die meisten Leute werden schon weggeklickt haben vom Video, das heißt, wenn ihr jetzt was reinschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das mache, weil weniger Leute jetzt reinkommentieren werden, also das ist eure Chance, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder, bis dann, ciao! !